Ich bin Andrea Hiebler, Künstlerin aus dem wunderschönen Baldham. Kunst ist für mich der Ausdruck meiner Seele. Ich mache Kunst für Menschen, die das Besondere suchen, etwas Individuelles, Einzigartiges. Kopien gibt es zu viele auf dieser Welt. Dabei inspirieren mich die vielen Eindrücke, die ich bei meinen Reisen entdecke. Es begeistert mich immer wieder, wie mein Herz durch meine Hände spricht. Eine leere Leinwand empfinde ich als etwas ganz Wundervolles. Das Malen ist für mich eine Geschichte, die ich mit all meinen gesammelten Impressionen erzählen darf. Ich liebe das Arbeiten mit Kunstharz und Acryl und habe mich darauf spezialisiert. Das Ganze kombiniere ich mit Mixed Media, das bedeutet mit vielen anderen Materialien. Das erfordert viel Erfahrung und Feingeschick. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Meine Bilder sollen Geschichten erzählen und Empfindungen wachrufen. Zahlreiche Kunden, Kunstnominierungen und Preise bestätigen mich darin meiner Leidenschaft und Berufung weiter zu folgen. Gerne bin ich auch für dich da. Wähl dich einfach per E-Mail oder Telefon. Deine Andrea